Hallo ihr Lieben an den Bildschirmen. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr euch für meine Musik interessiert, dass sie euch bewegt, dass sie was mit euch macht. Und ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit hinter die Kulissen vom Am Fenster Videodreh in der Barbe Berlin. Hier seht ihr mich schon in den Vorbereitungen. Susanne Woser hat mein Make-up und meine Haare gemacht. Ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt in ihren Händen. Und ihr seht jetzt gleich noch Jessica Jäger hier und links Paulina Neukampf, die Regisseurin. Jessica Jäger hat wunderbar assistiert. Ohne sie wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. Und jetzt richtet mich Susanne noch hier stylingmäßig ein. Das Atelier Oran Laios hat mir die Accessoires geliehen und Bandit aus Berlin auch. Die Stylistin Melanie Lehmann hat mich für das Video gestylt und es macht so viel aus, wenn man sich einfach so gut fühlt. Und jetzt gehe ich raus und der Dreh geht los und der Kameramann Jim Croft kommt mir entgegen. Und hier Tim Wolf richtet gerade schon das Licht ein. Das war unfassbar. Victoria Lux, die Kameraassistentin und Lichtassistentin, hilft Tim und Jim beim einrichten. Und ja, kümmert sich auch um alles Weitere. War einfach wirklich die gute Seele am Set. Und hier seht ihr, es war einfach ein ganz tolles Team. Paulina und Jim in einer kurzen Pause. Hier wird der Wert Licht eingestellt und die Kamera. Noch ein paar letzte Erklärungen an mich. Und dann geht's auch schon gleich los. Zwischendurch hat Jim noch ein paar Fotos gemacht. Er ist auch ein wahnsinnig guter Fotograf und auch ein super Singer-Songwriter. Also checkt ihn mal aus. Das ist wirklich unglaublich. Ich bin ganz dankbar, mit so einem fantastischen Team zusammenarbeiten zu können. Hier gibt's jetzt noch eine Lichtprobe. Und das wird alles ganz genau eingestellt. Ich bin so happy, dass Thomas Künzel hier dieses Hinter-den-Kulissen-Video gedreht und geschnitten hat. Das war ein ganz wichtiger Moment für mich. Wir haben uns überlegt, wie bauen wir meinen Opa ein. Und das ist die Anfangsszene vom Video. Ja, mir war ganz wichtig, dass wir mithilfe des Lichts, was der Tim Wolf unfassbar gut gemacht hat, diese Geschichte auch erzählen, diese Transformation von der Dunkelheit ins Licht. Hier seht ihr den Anfang. Da ist alles noch sehr, sehr dunkel. Und dass man einfach seine innere Kraft findet. Sich, egal wie schlimm die Situation ist, die Hoffnung in sich selbst findet und darauf vertraut. Das war ein lustiger Moment. Da musste Jim rückwärts gehen und Victoria hat ihn dann festgehalten hinten. Und hier seht ihr wieder das wunderbare Licht. Jim und Tim haben eine Firma gegründet, die heißt Lumona Berlin. Könnt ihr auch mal auschecken. Die machen ganz tolle Videos und ich bin wirklich super dankbar, mit den beiden zusammenarbeiten zu können. Dank auch meiner Fans, vier Fans haben dieses Video möglich gemacht, dass wir zusammenkommen konnten in der Zeit und dieses Video drehen konnten. Und wir haben alle ganz intensiv daran gearbeitet, so viel Spaß gehabt und auch mit Paulina Neukampf zu arbeiten, war einfach eine Riesenfreude und wir waren glücklich, als dann alles im Kasten war. Danke, dass du auf meiner Reise mit dabei bist.